In diesem Video zeige ich dir 6 Tipps, wie du deine Google Shopping Einträge verbessern kannst und somit mehr Sichtbarkeit und Verkäufe generierst. Bleib dran! Tipp Nummer 1. Schau dir den Preis an. Dafür springen wir einmal direkt in die Google Suche. Ich habe in diesem Beispiel jetzt einfach mal nach Rasierer gesucht. Wir können hier auf Produkte gehen und kommen hier in den Google Shopping Bereich rein. Wir haben hier ganz, ganz viele verschiedene Listings und gucken uns jetzt insbesondere mal diesen Panasonic Rasierer an. Hier in diesem Fall haben wir jetzt mehr als 10 Geschäfte. Das heißt, Google kann im Hintergrund matchen, wo diese Artikel überall verkauft werden. Also zum einen werden die auf Kaufland verkauft, auf Amazon verkauft und jeder einzelne Online Shop oder jeder einzelne Marktplatz hat natürlich einen anderen Preis. Hier solltest du als Verkäufer online immer sicherstellen, dass du den günstigsten Preis hast, um hier auch den besten Platz in der Buy Box zu bekommen. Tipp Nummer 2. Der Produkttitel deines Produkts. Den schauen wir uns jetzt als nächstes an. Wir sehen hier zum Beispiel, dass hier die Marke Panasonic ist und hier in diesem Fall auch der Rasierer. Jetzt springen wir einmal ganz kurz rein und schauen uns an, wie das Ganze im Google Merchant Center aussieht. So, im Google Merchant Center angekommen, können wir uns hier den Artikel mal ein bisschen genauer anschauen und schauen, welche Felder hier unbedingt richtig gepflegt werden müssen. Denn bei dem Feld Titel sollte man jetzt darauf achten, eben nicht mehr seinen eigenen Markennamen einzugeben, sondern wirklich Keywords raussuchen, die genau auf das Produkt zutreffen, was man eben verkaufen möchte und vielleicht auch, welche Alleinstellungsmerkmale dieser Artikel dann am Ende hat. Zum Beispiel T-Shirt aus Bio-Baumwolle. Bio-Baumwolle, wichtig, hiermit in den Titel reinzunehmen, weil das natürlich eine Suchanfrage ist, die relativ häufig von den Leuten gesucht wird und somit auch in den Titel gehört. Was jetzt seit neuestem allerdings nicht mehr in den Titel gehört, ist die Marke. Hierfür gibt es ein eigenes Feld. Das heißt, man füllt dieses Feld Marke hier unten aus und nimmt den Brandnamen somit nicht mehr in den Titel mit rein. Tipp Nummer 3. Nutze eine GT-Nummer, eine ERN-Nummer oder ähnliches. Nur dann kann Google auch wirklich identifizieren, um was für eine Art von Produkt es sich bei deinen verkauften Produkten wirklich handelt. Und kann dann auch sehen, wo dieser Artikel am besten angezeigt werden soll. Das ist vor allem für die kostenlosen Einträge im Google-Shopping-Bereich sehr, sehr wichtig. 97% unserer Online-Marketing-Show-Zuschauer schauen unsere Videos regelmäßig, aber haben noch kein Abo dagelassen. Das heißt, jetzt direkt den Kanal abonnieren und nichts mehr verpassen. Tipp Nummer 4. Optimiere deine Produktbilder für den Google-Shopping-Feed. Wenn wir hier einmal zum Beispiel drüberhabern, sehen wir, dass hier auch viele Artikelbilder in einer Art Diashow durchlaufen, die auch ein bisschen so aufbereitet sind, als wäre man auf Amazon. Wobei man auch sagen muss, dass jetzt zum Beispiel die Google-Suche mittlerweile immer mehr zu einem Marktplatz wird und man auch seine Bilder im Google-Shopping-Feed anpassen sollte. Wenn wir uns das hier als Beispiel mal angucken. Hier haben wir jetzt als Beispiel einen Braunrasierer. Der hat hier auch schon ganz, ganz viele Artikelbilder drinnen, wo man auch zoomen kann. Das heißt, es ist auch wichtig, viele Bilder zu hinterlegen und auf der anderen Seite dann aber auch hochauflösende Bilder zu verwenden. Denn man muss sich vorstellen, viele Leute schauen sich diese Bilder auch am Handy an. Und hier müssen die am Ende natürlich auch eine sehr, sehr gute Auflösung haben. Tipp Nummer 5. Optimiere deine Produktbeschreibung. Wenn wir hier uns das Ganze einmal anschauen, können wir hier ganz, ganz viele Felder pflegen und sollte man auch tun. Wenn wir hier oben rechts auf Erweitert klicken, bekommen wir nochmal sehr, sehr viel mehr neue Felder dazu. Und warum ist es genauso wichtig, diese Produktbeschreibung so detailliert zu pflegen? Ganz einfach. Man kann im Google-Shopping-Bereich sehr, sehr viele Filtermöglichkeiten hinterlegen. Und da ist es umso wichtiger, jedes dieser Felder zu füllen, damit derjenige User, der quasi in der Google-Suche unterwegs ist, genau nach diesen Kriterien filtern kann. Wie zum Beispiel Farbe. Welche Farbe soll mein T-Shirt haben? Welche Größe soll mein T-Shirt haben? Welches Geschlecht? Ist es vielleicht ein Herren-Shirt, ein Damen-Shirt oder Unisex? Welche Altersgruppe? Ist auch dahingehend ganz interessant, wenn zum Beispiel auch Eltern für ihre Kinder T-Shirts einkaufen. Diese Felder sollten also alle gefüllt werden im Optimalfall. Also hier so viel Daten, wie man nur möglich hat, an Google geben, damit Google mit diesen Daten arbeiten kann und der User natürlich am Ende des Tages auch möglichst viele Filtermöglichkeiten hat. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns doch gerne ein Like auf dieses Video und aktiviere die Glocke, um somit keinen Upload mehr zu verpassen. Tipp Nummer 6. Es ist ganz, ganz wichtig, die richtige Produktkategorie für deinen Artikel zu finden. Denn wenn dein Artikel nicht in der richtigen Produktkategorie ist, dann hat dein Artikel im Google-Shopping-Bereich gar keine Möglichkeit, überhaupt Rankings zu bekommen. Denn dann sieht Google, aha, dieser Artikel ist in der falschen Kategorie gelistet und kann somit nicht deinen Artikel nach oben pushen. Das heißt, schau dir genau an, in welche Produktkategorie passt dein Artikel genau rein und jetzt schauen wir uns mal an, welche es da so gibt. Um rauszufinden, in welcher Google-Kategorie dein Artikel liegt, kannst du einmal die Google-Produkt-Taxonomie aufmachen und gucken, in welchen Kategorien dein Artikel am besten reinpasst. Hier gibt es mehrere tausend Kategorien, wo dein Artikel natürlich dann letztendlich eingeordnet werden muss. Und genau diese Kategorie gibst du dann in deinem Google Merchant Center an. Ich packe dir den Link zu dieser Taxonomie gerne nochmal in die Videobeschreibung. Das waren meine sechs Tipps zum Thema Google-Shopping-Feed. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile das Ganze doch mit deinen Kollegen oder in deinem Netzwerk auf LinkedIn. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao.